So, hallo! Heute sieht er mich mal live mit Farbe. Und zwar habe ich etwas mitzuteilen. Auf diesem Kanal wird es demnächst keine neuen Videos mehr geben. Da ihr bestimmt schon mitgekriegt habt, dass wir jetzt überall Google Plus Seiten für brauchen, wenn wir zum Beispiel Kommentare beantworten wollen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich glaube, ihr braucht noch keine. Aber wenn ich zum Beispiel direkt auf jemanden antworten will auf eine Frage, dann kann ich das nur mit einer Google Plus Seite. Und wenn wir für zwei Kanäle, wie gesagt, den von meinem Mann und meinen, jeweils Google Plus Seiten brauchen, dann müssen wir die ja auch alle bearbeiten. Und das ist uns ein bisschen zu viel. Und darum werden wir jetzt demnächst unsere Kanäle zusammenfügen. Das heißt, meine Sachen werden mit auf dem Kanal von meinem Mann sein. Das ist dann unser gemeinsamer Kanal. Jetzt kommt mein Kind. Einmal leise. Ja? Das ist dann unser gemeinsamer Kanal. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass meine Fans mir treu bleiben und dann mit rüberwandern zu seinem. Und dann sehen wir uns halt alle gemeinsam da. Ich habe ja von seinem Kanal, also es gibt ein paar Abonnenten, die sind ja schon auf beiden Kanälen. Und es wäre halt schön, wenn die anderen dann auch noch mit rüberhüpfen würden. Ich glaube, hier oben oder in der Seite irgendwo, wenn ihr auf meinem Kanal seid, da steht angesagte Kanäle. Genau. Und genau darunter steht Stefans Genusszone. Das ist der Kanal von meinem Mann. Also wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann da rüberhüpfen würdet. Und ja, dann sehen wir uns dort. Tschüss!